So Leute, heute testen wir euch die Doppelknall von Explode Fireworks. Das ist eine Neuheit und zwar mit einer NEM von ca. 47,5 Gramm auf 5 Bombenröhrchen verteilt. Das ist eine ganz normale Bombenrohre und wir gehen jetzt gleich schön schon mal mittags testen. Oder die musst du ein bisschen lösen vorher, ne? Genau, die musst du ein bisschen lösen, dass die Zündchen drunter... Gibt euch erstmal die Location, schön die Dämmerung hier. Herrlich, man hört schon überall Knallen. Ich feier das schon so hart. Auf der anderen Rheinseite bis jetzt aber nur. Genau, nur auf der anderen Rheinseite, also Königshinter. Ah nee, jetzt kommt das auch mal dahin. Ja, ich geh mal ein bisschen weiter weg. Ja, was sind das denn für Dinger? Schilme einen hier auf die Straße. Würde ich auch sagen. Ja, das krieg ich dann besser auf die Kamera. Der war gut. Der war gut. Ordentlicher Schall, ne? Und dann machen wir noch den Letzten. Und den Letzten, jawoll. Delay mit seinem Partyhütchen. Ja, ganz okay der Artikel, ne? Also kann man sich auf jeden Fall gönnen für den Preis. Tschüss. Tschüss.